Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Dead by Daylight und wir spielen ein bisschen Stars Felix Ah stimmt er hat sich jetzt umgehen für ein Pinhead ich war noch nicht auf dem Markt drauf da unten ist er ich mochte die Musik in der Lobby mit dieser schönen Safe Room Musik Ah Leon, nice, Detective Leon Sie sind fast aus wie der Observer ist, das ist Rebecca Shumbo oder so Love Miners Ah 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 da nein da da das sieht cool aus aber so ein Cosplay Chris Felix? Das ist Felix oder? Du hast es öffnet. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Nice. Ja. Schön. Ich bin. Ich bin. Auf die Box. Oh. Outfits sind echt cool. Ich hab fast. Fast. Nur so gesagt. Fast alle Outfits. die jetzt draußen sind. Vom Thema der Typ holt die Box. Das war's. Das war's. Das war's. Noch eine Safe Music. Oh, ich kriege die Fressilfung. Okay, weird gewesen. Oh, da rennt er. 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 Amazing. Oh, da rennt er. Da rennt er, da rennt er. Er war wie eine Stehllampe. er hat sich wieder umgedreht kann das sein er sieht mich weg bin ich und wir machen noch eine zweite runde mit chris als felix naja mit felix als chris so jetzt haben wir es so rum war das und wir sehen uns gleich so zweite runde das wäre auch wieder ich werde mal wahrscheinlich die musik irgendwann inkluden mit der safe musik aber wir spielen gegen den mastermind auch noch das was ich gesehen habe vielleicht hat er auch den neuen skin von mastermind mal sehen ob er normal aussieht wir können mal richtig gegen ihn spielen was nicht in der pdb macht aber schade leider schade ich höre schon da hinten da hinten ich Ah, ist klar. Wuhu. Denkst du. Oh, ich bin checken ihm in meinem Baum. Warum? Die Dialoge auch noch. Ah, okay. Na, wie das? Ist das angehört? Ist das einer? Hat mich doch gehört von... So, ich weiß nicht, wer... wer ist, weil zwei Outfits fast dieselben. Einmal für Feng Min. Ich glaube, Feng Min rennt zu mir. Sieht so aus. Da hinten könnte Jill sein. Ist das Feng Min? Ne, das ist Jill und da hinten ist Feng Min. Genau. Ich hab ihn runter gehen sehen. noch nicht infiziert jedenfalls. Also er sieht normal aus. Er hat nicht den Skin. Wir müssen auch diese drei Klüpfchen finden. Die Grünen. Gott. Was? Oh, oh. Oh, oh. Da hinten wurde Bombe gelegt. Bombe oder Wildsap. So, Jen ist fertig. Jen ist fertig. Der da war hinten wahrscheinlich auch gleich. Meiner ist dann auch fertig zur Hälfte. Ich muss diese Klüpfen finden. Wir können dann auch noch Kasa spielen. Als Legendary-Skin. Für Leon. Der da hinten. Oh. Ja. Ah. Ah. Infiziert worden. Nicht da lang? Das war ein Scorch-Shock, anscheinend. Das war ein Scorch-Shock, anscheinend. Ich hab die doch ausgerüstet. Sehr. Da rennt er wieder zurück. Keiner gibt's dum Profionen comic undほgende. Da ins das was jeder spät. Das ach�서 wiederREomos. Filme sehr. hook. was passiert. Was ist das? 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 Ich brauche die Glüpfe. Wo sind denn so welche scheiß Glüpfen? Hallo? Was für eine Kacke. Hä? So nah musst du auch nicht ran. Okay. Wie meinst? Oh nice. Oh nice. Alles klar. Denkst du? Alles klar. Hat 30.000 Jahre da. Bis er es runtergemacht hat. Oh nice. Denkst du. Oh? Ah. 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 Oh no. Ah. Mich kannst du nicht... Naja, ja, mich kann ich nicht machen. Ich hab mich schon lange aufhören. Er weiß, wo die direkt sind. Richtig geil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ja, checkste. Ah, oh, 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 oh. Wie kann er mich bitte? Wie ist das möglich? Wie kannst du mich morgen, Alter? Ja, klar. Ah, na klar. Ist das dumm, Alter. Ich war nicht einmal infiziert. Ich war nicht einmal infiziert. Warum kann er mich nehmen? Das ist sowas von dumm. Ja, kein Wunder, warum die Leute sagen, dass er so OP ist. Okay, ja. Denn beim nächsten Mal spielen wir ein bisschen Arbeit. Let's go. Mal gucken. E-S, Alter. Ja. Ja. Wie ist dein Knie? Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Dead by Daylight und wir spielen dann ein bisschen Albert Wesker. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.